Moin Leute, Trimax hier. Der Ice Golem ist draußen und ich möchte diese Karte ganz, ganz schnell auf Level 7 bekommen, damit ich die in der großen Herausforderung spielen kann und ganz, ganz viele Decks mit der Karte testen kann und dann kann ich euch die Decks vorstellen. Genau, hier sieht man das, die Karte kam raus, ganz frisch am iPad, ist noch früh morgens, noch nicht lange. So, wir schauen uns erstmal die Karte an. Hier sieht man sie noch nicht gefunden und da sieht man schon, was die nächste Karte sein wird, der Friedhofszauber. Da wäre ich dann aber auch nochmal ein genaueres Video zu machen. Jetzt konzentrieren wir uns auf den Ice Golem. Wir öffnen erstmal die Silver Chest und jede Kiste, die wir jetzt öffnen, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sich dort der Ice Golem drin verbirgt. Okay, in den Kisten war er jetzt noch nicht drin. Da wollen wir mal anfordern. Wir warten ein bisschen, wir können gleich den Ice Golem lieber anfordern. Und zwar werde ich jetzt so viele Giant Chests öffnen, dass diese Karte dann auf Level 7 ist. Ich weiß nicht genau, wie teuer das sein wird. Ich habe erstmal 10.000 Juwelen am Start. Aber ich denke mal, wir werden relativ oft den Ice Golem ziehen, da das wie gesagt die Karte ist, die wir noch nicht haben. Gut, jetzt zieht man ihn nur einmal, weil er unlockt ist. Ist ein bisschen eine Verschwendung. Eigentlich zieht man ihn dann immer 30, 31 Mal. Jetzt kriegen wir noch eine andere Karte. Okay, das ist natürlich auch ganz nice. Den Riesen, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und die Minions. Ist natürlich ganz nice, wo wir jetzt hier die ganzen Giant Chests öffnen. Jetzt müsste sich hier sogar eine Epic Card. Nice. Ja, da haben wir 31 Mal den Ice Golem und 272 Mal Ice Spirit. Das Gute ist, dass meine Karten, meine Common Cards relativ schnell dann auch Richtung Maxed Out gehen. Und dann kriege ich für diese Karten nur noch Gold. Jedes Mal, wenn ich sie ziehe. Oh, ein Mega Minion in der... Okay, ich hätte jetzt hier echt lieber... Ich hätte jetzt hier mit dem Ice Golem 100%ig gerechnet. Mit was? Ich weiß nicht, ob ihr euch daran zurückerinnern könnt. Als der Ofen rauskam und ich die Giant Chests geöffnet hatte, waren in den ersten 20 Giant Chests nur der Ofen. Keine andere seltene Karte. Ich hätte jetzt gedacht, das verhält sich... Da muss Supercell noch ein bisschen was dran gearbeitet haben. Ich dachte, das verhält sich jetzt genauso mit dem Ice Golem. Okay, jetzt kriegen wir ihn wieder. Hat mich ein bisschen verwirrt, gerade zweimal hintereinander nicht den Ice Golem bekommen. Also, wieso kriegen wir so viele Epic Cards? Ist das jetzt Standard in den Giant Chests? Ist ja krass. Okay, dann kriegen wir schon wieder den Ice Golem. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Wie viel haben wir denn? Wie viel brauchen wir denn insgesamt? Also, schon wieder eine Epic Cards. Sogar genau die, die wir brauchen. Wir haben jetzt schon Prinz, wir haben Guards. Gar nicht so schlecht. Ich werde gleich nochmal ein bisschen den Ice Golem upgraden. Na ja, nur fünfmal. Boah, der Bombenzone. Ist ja nicht so geil. Minenwerfer. Ist der... Oh mein Gott, sehr geil. Nächste Karte. Maxed. Der Minenwerfer. Und da sieht man schon, die überschüssigen Karten verwandeln sich in Gold. Und das wird jetzt von immer und immer mehr Karten bei meinem Account passieren. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja gut, 15 mal der Ice Golem bringt uns in die richtige Richtung. 274 mal ein Bomber. Ich grade den Ice Golem gleich schon mal ab. Wieder nur einen Mini-Packer bekommen. Okay, war jetzt nicht... Wir haben die Karte jetzt nicht so oft bekommen, wie ich es gerne hätte. Aber wir graden sie erstmal ein bisschen ab. Wie lange dauert das bis Level 7? Habe ich mir da zu viel vorgenommen? Na gut, wir haben sie ja... Okay, wir haben sie schon Level 5. Wir haben ja schon Level 6. Okay, ja doch, das kriegt man hin. Okay, doch. Level 7. Selbst wenn wir sie jetzt nicht so oft gezogen haben. Ja, einmal müssen wir sie noch ziehen. War jetzt gar nicht so spektakulär, wie ich dachte. Ja, da haben wir es. Die Karte ist auf Level 7. Wie viele Giant Chests waren das jetzt? Keine Ahnung. Bringt uns auf jeden Fall im Kartenlevel auch eine ganze Ecke weiter. Okay, da haben wir die Karte Level 7. Hat uns circa 5000 Joueren gekostet. Das geht klar. Ich hätte jetzt mal vorstellen können, dass das ein bisschen teurer gewesen wäre. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz hier schauen, welche Karten wir gemaxed haben, auch jetzt gerade nach diesem Giant Chest Opening. Wir haben Skelette, Fire Spirits, Ritter, Royal Giant, Pfeile, Zepp und den Minenwerfer auf maximalem Level. Und jedes Mal, wenn wir die Karten ziehen, verwandelt sich das in Gold. Ist eine geile zusätzliche Einnahmequelle an Gold. Dieses Gold kann man dann ja recht nice im Shop ausgeben und kriegt dann halt die Karten, die man braucht. Okay, dann wollen wir nochmal einen Eisgolem anfordern. Und dann soll es das gewesen sein. Ich werde jetzt ein paar Decks mit dieser Karte, mit dem Eisgolem zusammenstellen. Und dann euch diese Decks vorstellen. Mal gucken, wie es läuft. Und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Alles klar, Leute. Haut rein.